Hast du ein Fäßchen aufgefangen? Jetzt wäre er geschmust. Sind da ganz hesslich nicht rein? Nein, ich fühle mich nicht. Das sind die Glückswütigen. Oh, die uralte Konsole. Schau dir das an. Oh, Tatooine. Wir sind auf Tatooine unterwegs, so als du es suchst. Und falls du es nicht suchst, dann war es dort. Das Wüsten war im Kommando. Ah, das ist herrlich. Diese komische Eidechsen oder Rinosaurier. Ah, die Sanddroppe. Wie heißt das denn? Das war ja das Gefährt von Die Chawas, oder? Da war nichts da. Die Tusken. Die Sandpark, oder? Ist das die Schiff von Chawas gewesen? Ja, die Sandpark. Und da ist die Skala Grube. Ja. Das war aus dem fünften Teil, oder? Die war als Spieler. Okay, jetzt sind wir wieder die Knochenkriege, jetzt sind wir die Knochen drauf. Jetzt haben wir halt wieder die Nehmen Sie sich vor der Skala Grube. Ja, die Skala Grube. Also dieses Ding, was man da sieht. Hm. Da gibt es doch genug Maschinen, die man beschlagen nicht machen kann. Da gibt es genug. Warte, das ist ja außerhalb, ja? Ja. Ihr Primärziel ist das Kommandoposten. Ach, ja das auch. Mein Primärziel ist das Leute zu killen. Ja. Das ist so ein Primärziel. Warte. Und? Ja. Kannst du dich auch wieder mit meinem? Ja. Dankeschön. Kannst du hier irgendwie von meinen alten Pferden noch gespielt haben? Ja. Aha. Dann war ein Skater da. Es kommt alles. Vor allem, wenn wir mit den Augskabeln gespielt haben. Ja, bitte. Wir haben mit unseren Augskabeln gespielt. Ja, kommt. Das war geschissen. Oh ja. Und ich bin ein normaler Sturmtropfer. Aber das geht. Ich brauche jetzt. Wir brauchen Verstärkung. Wir sind schon jetzt zu wenig. Warte, die gelben sind ja nicht. Die wussten, oder? Die gelben bringen aber auch nichts in den Kampf. Aber es bringt ja was in die Abschlussrate dann. Ein Bonuspunkt, ey. Bonuspunkt, ey. Und ich wisse, wer die Buntel, was ist böse. Die Grün. Ja, die Tasten. Die Tasten. Aber kannst du draufkennen. Das macht keiner. Ah, nein. Dann habe ich schon. Ah. Hast du irgendwie mit dem Ding gefahren? Ja, da fällt doch immer an. Ja. Ist das das, wo ich mich nicht sammeln? Okay. Team Tasten. Das ist ja mein eigenes Camp verloren. Da komme ich nicht durch, oder? Ja, ja. Ja, ja. Das ist ja niederführend. Danke. Da komme ich nicht durch. Ah, nicht an Anfang. Rebellen, Schweine, ey. Ah, scheiße. Ich bin auch gefragt. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Das ist nichts für mich. Ja. Da wohnte der Ruck. Also die Tante Weron. Ja. Die Tante Weron. Die Tante Weron. Ja. Die waren doch die Besten. Wow. Ben Ulrand. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. Immer diese Schweden und Norweger. Das sind die schlimmsten. Da gibt es in Finn und in Ben Ulrand. Das ist die. Die haben eine richtige Tante. Die springen ja. Da, da. Friendly Fire. Ja, kennst du den Ben und Finn Ulrand? Ja, das sind die Bösen. Das sind wirklich die Schlimmen. Die sind einfach beim Imperium und immer bei der Allianz dabei. Die sind wie Dings. Wie, ja. Wie der General Hux. Ja. Oh. Die Pain-Up-Staum. Ich warte jetzt. Ich sehe jetzt was. Hey, der bewegt sich jetzt weiter. Schwennerei. Schau, ich schau mal kurz in das. Ah. Kann auch in die Hütte rein. Mein Gott. Du schießt halt ran. Ja, Wookie. Ja. Vorgeschritten Wookie. Vor mir stand ein Wookie-Monster. So. Komm rein zu mir. Lieben. Lieben ist immer gut. Ja. Wir verlieren fast deinem Blumen. Oh. 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 So. Aussehebel. Aussehebel. Danke. Ich sehe etwas. Ja. Ich fühle etwas auch. Brauchst du eine Hilfe? Nein. Oh. Wenn die mitgeht. Schau dir diese Säcke an. Sehen wir auch auf den besten normalen Sturmtruppen. Oh, verdammt. Das sind viele Wookie's. Ja. Das sind Wookie, das sind Rebell und Wookie. Ich bin hinter dir. Mann. In der Nähe. Hey. Wir sind in Überzahl. Das heißt Verstärkung. Diese blauen, ich glaube, die blauen sind Lebensenergie und die anderen, was da liegt ist, das glaube ich wohl nicht. Ja. Scheiße. Lotka. Lotkotza. Nein. Lotkotza. Ich muss mich auch nicht sagen. Schau mal. Nein. Nein. Und ein Dreifel. Nein, das haben wir nicht. So. Erwischt. Ey. Wie schießt du auf weh? Das ist teppert. Viele nur dieses Geschütz besitzen. Ach du kacke. Achtung. Ja. Hör auf das. Auf das Pfarr. Ach. Scheiße. Das war ein bisschen zu heftig jetzt. Das ist Farrell. Ja. Immer diese Schauspieler. Äh. Der heißt anders. Äh. Der heißt der Bruce Farrell? Ja. Nein. Gut. Dann eben anders. Ah. Nicht mich so loschen. Ah. Komm. Seht das nicht. Ah. Los. Der ist froh, dass es nur ein Bank ist. Und kein... Ah. Ja. Wir haben noch ein paar erledigt. Ich habe meine Granaten. Ja. Da sind die ganzen Brüder und Geschwister unten. Die ganzen Geschwister unten. Die ganzen Geschwister unten. Ja. Das ist aber echt gemein. Ah. Ich bin jetzt mit Tusken umgelegt. Unüberfahren umgelegt. Freinderlwirtschaft ist das. Backelei. Genau. Aber wenn wir jetzt eigentlich... Wenn wir eigentlich jetzt den letzten roten Kommandoposte beim Leben legen, dann sind die Tusken, die sind eigentlich neutral. Okay. Ja. Die Margot wird wie der Oma. Ja. Und wer hat das Kind gekriegt? Ja. Ja. Der Bellen, der besser rein. Was? Schon wieder? Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Der ist der einzige Sohn, oder? Der Maxi. Der Maxi. Der will schon wieder Oma. Ja, nicht schlecht, oder? Ah. Ich habe es nicht mehr geschafft. Okay. Alles Wurscht. Jetzt reiß ich euch den Hintern auf. Oder sowas. Das weiß ich mal nicht. Für die Tusken übernehmen. Jetzt schaut gleich Hammer aus. Die sind in einem ein paar. Stopp. Nicht zu stehen. Au. 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 Aber schau, wer ist denn eine Übermacht. Da komme ich nicht mehr rein. Wir sind eine Übermacht. Au. 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 Scheiße. Er ist genau nicht mehr zu. Au. So, wo start jetzt? Ja. Jetzt geht's. Au. 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 Ich bin Nummer 2. 131 gegen 1. Ah. Das war überschuldig. Ja. Das war überschuldig. Das war alles auf dem und verbichern. Ich spreche für heute mal noch.